So, ähm, herzlich willkommen zurück zu, ähm, einem Let's Show, das war, glaub, das nächste, letzte Let's Show. Ähm, das ist mit meine größte Welt. Ihr wisst, was ich hier mit groß meine, also nicht, ne, sondern... Genau, ähm, die hab ich komplett in Creative gebaut, das... Also, jetzt nicht wundern, ich hab hier noch einiges ausprobiert. Oh Gott, das leckt jetzt grad richtig. Äh, es tut mir leid, es tut mir leid. Ähm, oh Gott, ich glaub, das könnte auch ein bisschen länger dauern. Jetzt verpiss dich so. Ähm, sorry. Erstmal. Kann man machen? Muss man das unbedingt? U-Bahn Hauptbahnhof. Ah ja, Alter, das war echt... Da hab ich auch richtig lang dran gebaut. Okay, U-Bahn? Was ist, was... Da geht's auch hin. Ah, ich glaub, warte mal, die sind doch alle... Ich weiß jetzt nicht, ob wir das warten... Okay, wir... Okay, 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 shit. Was ist das? Hauptbahnhof Marius. Wir, wir, wir nehmen jetzt einfach die... Ich weiß nicht, wohin die wird jetzt. Wir, wir müssen jetzt die nehmen. Okay. Okay, okay, ich glaub, die ist... Ah, okay, okay, die ist... Äh, das ist die zum... In die Stadt. Die für die in die Stadt. Okay, ich glaub, es ist nicht ganz so schlau, wenn man die... Egal. Ähm, wir sind jetzt hier im Hauptbahnhof. Ähm, wie ihr seht, ich hab damals ja... Ich hab's zu dir sehr gern gemocht. Ähm... Also, ähm, ich glaub, es macht... Ihr seht selber, dass es keinen Sinn macht, jetzt hier... What the fuck, was ist hier noch alles? Ähm, in jede, ähm... Alter, oh Gott. Ja, shit. Was ist denn hier noch alles? Oh Gott. Okay, ja, gut, es geht noch. Also, ihr seht, hier ist richtig viel, ähm... Also, hier, äh, Dings. Also, hier ist ein Rathaus. Hier sind zwei Häuser. Hier ist ein Gefängnis. Gefängnis. Boah, das ist jetzt nicht so besonders. Wer stellt es die ganze Zeit auf schwer? So, das hat sich gerettet. Sehr schön. Ähm, 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 ähm... Was ist hier? Hier ist irgendwas komisches. Ja, das ist... Okay. Dann werden wir jetzt, ähm... Hier ist, glaub, ne Holzfälleranlage. Wir werden jetzt ein bisschen klettern. Ah, genau, hier ist Freibad, Freizeitpark, alles. Genau, hier ist auch noch ein Zoo. So schön, so, so, so. Hier war mal Ocelots. Die sind mir aber immer auch abgehauen. Hier wollte ich eigentlich Dingestens machen, aber... Äh, so, so, äh, Wasser. Ja, aber das ging nicht. War ich zu dumm dafür, war. So, jetzt schnell, ähm... Ich glaub, hier müsste ich auch noch zwei Teile machen, aber ich denke mal. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui aussteigen das war's jetzt ja hier also schön super 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 toll dann hier ist ein Dings ein ein Kletterpark Kletterparcours ja auch nicht so das krasse so dann werden wir ja genau hier hatte ich auch noch den Flans mod wir waren jetzt mal wieder hier ganz ja ganz realistisch wieder wie ein ganz normaler Bürger hier was ist das denn hier was ist das denn okay das ist nichts okay hier ist ein Flughafen ein sehr schöner finde ich also hab mir sehr viel Mühe gegeben wie man sieht ja da war ich ein bisschen dumm Moment mal hier regnet und hier liegt Schnee okay easy Gepäckabgabe so ja okay ich muss schnell machen wobei wir machen ja eh zwei Teile also kann ich mich ein bisschen langsamen genau ich ja zum Glück habe ich hier nichts gebaut weil sonst wer das da wollte ich eigentlich auch noch so was denn machen aber genau Flughafenbüro Marius Sicherheitskontrolle Obstladen Obstladen Boah Digga Goldener Apfel Digga Easy ganz easy ich kann es mir nicht gönnen schade sehr gut ihr seht da hinten ist noch was guck mal hier safe alles safe was ist hier okay okay wir müssen hier alles reingeben bitteschön ähm ah komm goldene Äpfel das ist nur ähm Essen das ist ganz harmlos so dann werden wir jetzt hier hingehen ist auch noch so was speziell keine Ahnung hey im Ernst das ist doch so nervig ey äh 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 ich drück noch nicht mal auf die Leertaste naja okay egal so dann werden wir jetzt hier ähm entlassen Einsatzwagen ach man die Arme so dann ist hier Tower muss ich jetzt glaube ich nicht zeigen ähm hier ist noch extra für die anderen noch was ja genau das war jetzt hier der Flughafen schon wieder ein Flughafen weck mich äh dann ähm werden wir wieder wir werden wieder nochmal den ähm Dings benutzen den U-Bahn Bahnhof U-Bahn Bahnhof wobei ich glaub dass ich dumm war und zwar ähm hab ich ähm sozusagen die Bahn automatisiert das heißt dass sie immer wieder alleine hin und her fahren weiß es nicht ob ich das gemacht okay äh ja das das wird zu lange dauern oder kommt jetzt gerade egal das wird zu lange dauern auf die zu warten deswegen bitte falls es eine kommt dann sind wir halt am Arsch aber ich hoffe jetzt mal nicht zumindest ist es nicht hier so wir werden jetzt äh fahren ein bisschen lange fahren macht jetzt nicht so viel Sinn dass wir jetzt hier fahren aber weil wir danach wieder zurückkommen weil ich noch einiges zu zeigen hab ja genau hier ist noch ein Hotel ich sag um kurz das Hotel weil wir danach wieder zurückkommen sind hier Hotel Marido wunderschönes Hotel mit gleich ganz viel Redstone das ist das ist nicht so krass ähm ja bis zum Strandmathe alles alles dabei so hey 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 stop 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 ich hab ja Dankeschön so 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 ähm ganz kurz zu checken wenn du damit die Aufnahme geht ähm als ob ich das auch gebaut habe ob ich habe tatsächlich okay was ist das denn hier was ich dachte das ist das große ja auch schön über alles nur ist ja so ein Tempel wollte ich bauen einer Fahrt machen das ist ganz geschafft aber wunderschönes Enten mit Microsoft Microsoft ja und dann habe ich das hier also im Nachhinein weiß ich gar nicht warum ich die ganze Scheiße gemacht habe aber ich hatte irgendwie Bock und es war auch im Sommer und naja Minecraft war natürlich neu und da muss man das nachvollziehen können hier ha Jungs ich glaube wir fliegen jetzt nochmal zurück ja ne ok oder ja gut wir fahren hier lang wobei wir können jetzt hier was ist das denn hier Bahnhof Hotel Marido nice ok dann werden wir hier zurückfahren oh wie viele Züge hatte ich denn hier bitte ich frage mich gerade wohin wir dann eigentlich fahren Moment kurz Moment kurz Moment kurz Moment kurz Moment kurz es tut mir leid es tut mir leid so dankeschön so ähm wir fahren wieder zurück sehr gut dann im nächsten Teil hier werden wir ähm was ist das sorry ich muss gerade ausrasten ich weiß nicht was war gerade los ey Digger ja ne sorry äh was ist das denn okay okay ähm 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 ich habe noch etwas zu zeigen das bitte ignorieren ich wollte ich glaube eigentlich mal so ein sicher so ein sicheres ähm okay im nächsten Teil werden wir uns ähm in diesem wunderschönen Gemälde dieses wunderschönen Gemälde angucken und abweiten weiteres ähm deswegen da bis zum nächsten Mal ciao ich habe euch wieder gefallen ciao